ARD Text im Auftrag von Funk Ja, Lukas, dann erzähl doch mal, was macht so ein Hurensohn wie du in Craft Attack? Keine Ahnung, also ich weiß nur, was ein Typ mit dicken Bizepsen in Craft Attack machen. Das bin nämlich ich! Hä? Ich rede eigentlich von mir. Vollidiot, Alter. Spass dich, ey. Gut, ich werde jetzt ein bisschen weiter in der Pool bauen, die beiden Affen können im Hintergrund von mir so rumlabern, ist mir scheißegal. Ja, ich wollte einfach mal rumzeigen kurz, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier klappt jetzt, ich muss erzählen. Hör doch auf jetzt, es interessiert keinen. Ich muss jetzt erzählen. Es muss aber nicht sein, jetzt kommt noch mehr Winde hin. Spricht ja die stressige Folge, weißt du. So, reicht schon, siehst du? Ich mute dich gleich, Lukas. Lukas! Ja! Mute den, mute den. Wie geht es, deine Mutter interessiert mich nicht? Halt's Maul. Okay, ich rede mal leicht asozial, wie ihr das vielleicht merkt, wenn ich mir diesen beiden Idioten aufnehme. Das liegt einfach daran, dass diese Dämlichkeit der beiden abfärbend ist. Was für aufnehmen, du machst das immer. Hä? Ich bin nicht immer asozial. Nein! Eben zu Recht getötet, das musst du sagen. Du hast mich einfach getötet. Pass mal auf, ich erzähl euch ganz kurz, wie das war, ja? Ich chill da so, denk mir so, hat doch deine Fresse jetzt, Lukas. Ich chill da so in mein Leben, denk mir so, jo, was soll passieren, was soll, was soll passieren, weißt du? Und dann, guck ich an der Mobfarm, komm ich wieder, steht da ein paar Klänge und fahrt meine Mobs ab. Nein! Ich kaste raus, ja? Was mach ich? Ich geb ihm ein, zwei Schellen, ehrlich, fällt um. Und dann, ja, die so hast du mich getötet. Ich dachte, ihr wär'n Best Friends. Ja, komm mal runter von deinem Racko-Trip. Ja, hat er rumgeflämt die ganze Zeit, pam, ist er so direkt geflogen. Irgendwie hat er übertrieben rumgeholt, hat mich direkt bei Skype angerufen, sorry, sorry, tu mir leid, das wollte ich nicht. Bitte verstoßen mich. Hast du Beweise dafür, du Spasti? Ja, natürlich, da kann ich direkt hier Skype-Schoolshot sehen. Ja, mach doch, komm, mach, mach. Ja, zeig, da war ein Anruf. Und jetzt, und jetzt, was willst du machen, was willst du machen, mein Freund? Komm, kriegst drei, vier Schellen von mir, pam, 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 Stress ohne Grund, wirst du sehen. Ich zünd dein Gesicht an, wenn du mal ohne willst. Das ist krass. Lukas? Ja? Wie geht's dir so? Ja, ganz gut. Ja, mir egal. Oh Gott. Der Klassiker. Klassik. Ja, Lukas, wie sind deine Pläne bezüglich Hausbau? Hast du mal überlegt, was zu bauen, was keiner in die Luft springt, weil es hässlich ist wie die Nacht? Ich hab schon ein Haus gebaut. Ja, ist schön? Ja, ist schön. Bist du ehrlich? Ja. Hast du ein Netherquads? Äh, ja. Kannst du mal geben? Äh, nö. Buchensohn. Ne, jetzt mal Spaß beiseite hier. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ja, wenn ihr diese Folge quasi guckt, könnt ihr kurz runter vom Server. Halt deine Fresse, bist du behindert klängen. Ich will schlafen. 50 Leute drauf. Hallo. Ja, ich will aber. Behinderte Trottel, ey. Guck mal, die gehen auch alle. Die sind doch dumm wie Brot. Machen wir hier Shader wieder an. Der geil sieht das hier aus. Super geil. Ich hab jetzt hier oben auch was Neues gebaut. Könnt ihr mal schauen. Hier sind nämlich jetzt dicke Blotten. Äh, hier ist noch eine... Genau, was? Was ist, Lukas? Hm? Deine Nutze, du wirst jetzt gleich für mich flippen, okay? Für Geld? Ne, für umsonst, du Spaß. Okay. Ne, was machst du denn grad? Ich baue jetzt da oben das Nutze, ich danke. Interessiert mich nicht. Halt doch deine Schnauze, Junge. Ohne Witz. Ohne Witz, du Aktenkopf. Ihr seid so behindert. Ne, du. Ne, ne, du. Ja, und wenn ihr grad diese Folge guckt, bin ich gerade in Berlin und lass meinen Sipp hier aus dem Fenster hängen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mit Sipp hier ist mein Penis gemeint. Wenn ihr das nicht versteht. Äh, geil. Eine rote Wolle, das hat sich sehr gelohnt. Hat jemand irgendwie Rosen oder sowas? Ja, ich. Hosen? Wie viele? Äh, ich glaub, 20 oder so. Kann ich hier haben? Nein. Lukas. Fack mich doch nicht ab. Mann, du bist der... Boah, Lukas ist einfach der Minecraft-Mund des Jahrhunderts. Der ist noch schlimmer als Petri. Der kann einfach nichts. Der kann nichts, der Junge. Der stirbt bei den dämmsten Gelegenheiten. Der baut die hässlichsten Häuser. Und der weiß nicht mehr, wie man irgendwas craftet. Der Junge ist komplett unendlich. Der Junge weiß alles. Wie baut man Pisten? Ja, das war ganz einfach. Mama, geh mal raus. Warte mal, Jungs. Ich muss kurz weg. Tut mir leid. Minecraft-Wiki.com Ja, Lukas, kann ich Rosen haben oder nicht? Ich hab keine Rosen. Länger hast du, Rachel. Warte, ich muss gucken. Ja, mach schneller, bitte. Nee, hab ich nicht. Echt nicht? Nein. Ey, das ist doch nicht normal, ihr Pisser. Ich hab übertrieben viel Einrichtung in meinem Haus, ey. Ja, ist mir egal. Gar nichts. Okay, dann werde ich jetzt oben weiter meine Stückchenstange bauen. Lukas, würdest du dich vielleicht gleich für mich ausziehen? Ja, wenn du magst. Ach ja, ich wollte nochmal kurz sagen, wie man Pisten macht. Also oben Holz. Ja, cool. Hast du wieder, hast du wieder, ja. Vielleicht sollst du auf den Lahnkabel. Ja, Pflasterstein, Redstone und Eisenbahn. Einfach nix anstrengen. Ja, ja, okay. Was braucht man? Pflasterstein? Ja. Der Junge weiß, was geht. Warum ist Petrin vorhin eigentlich auf dein Angebot reingefallen mit ein Stick? Oh, der ist so dumme. Pflasterstein, komm, ey. Der dritte ist so ein richtiger Holzkopf. Lukas, Lukas sagt zu ihr, ja, pasch mal auf. 50.000 D-Aus und du kommst, dann kriegst du das und das. Und dann Petrin-Lukas. Nein, mein Haus! Was damit? Ich hatte Stopp. Scheiß, Lukas, ey. Nein, der Creeper. Wadam. Mann, ich brauch jetzt hier rote Wichse. Ey, habt ihr noch Schwarzpulver? Ich will immer einen Schoko-Eis-Craften. Ja, hab ich. Gib mal bitte. Was willst du? Mir einen Ice-Craften. Kannst du vielleicht auch mit so lecken, Lukas? Weil das kann sich ja nicht keiner anhören. Besser? Im Sinne, halt das Maul. Halt das Maul. Ey, das ist so eine asoziale Folge. Nur wegen dir. Guck mal. Das ist die beste Folge. Das ist nicht die beste Folge. Das ist einfach richtig sozial. Mit diesem asozialen Stück asozial aufzunehmen, was dich Lukas LP nennt. Mehr mit der Weifadee. Gleich Daumen hoch. Was für Lukas LP. Ja, macht, genau. Gebt doch mal Lukas auf seine Videos einen Daumen runter, wenn ihr wollt, dass mein Videos dabei ist. Eigentlich ne gute Idee. Was lasst du jetzt wohl? Ich mein, na ernst. Du Bastards. Ja, du. Hast doch gehört. Selber. Selber sagt der wie so ein Retard. Selber. Du Schwester und der Wife. Okay. Okay. Ja, wollte ich einfach mal gesagt haben jetzt. Ja, ist cool. Gar nicht so. Gut. Was habe ich vorhin in dieser Folge? Eigentlich hatte ich geplant, jetzt oben mein Striptease-Ding weiterzubauen. Einer von euch beiden? Ne, ist mir egal. Jetzt kickt ihr noch. Wenn du jetzt sagst, interessiert keinen, dann banne ich dich auf den Film. Du kannst gucken, wie du deine scheiß Aufnahme selber zu Ende bekommst oder der Penner. Okay, nein. Wahrscheinlich, oder? Ja, geil. Möchte einer von euch gleich meine Striptease-Stange oben mal ausprobieren? Boah, ich. Ich. Du Drecksnutte, ich werfe dich mit Ziegel-Steinen ab, du Penner. Boah, guck, ich werde einfach alleine durch deine Anwesenheit, werde ich aggressiv. Ich kann mit dir nicht normal Minecraft spielen. Ich kann mir mit dir flach ein bisschen alles um die Ohren hauen. Aber ich kann mit dir nicht Minecraft spielen, ohne auf dich aggressiv zu werden. Das geht nicht, Lukas. Entschuldigung. Du bist einfach richtig schwierig. Du machst mich einfach nur sauer und aggressiv. Aggressiv? Aggressiv machst du mich, Lukas. Aggressiv. Und da ist auch irgendwann ein Ende, Lukas, ja? Revi? Da reicht's. Ja. Du weißt, was ich jetzt sagen würde. Interessiert keinen. Richtig. Ich Junge, Alter. Fuckst du mich ab, ey. Ich hafte aus. Bist du... Äh, tschüss, ne? Ja, tschüss, Lukas. Was? Danke für die... Hallo, nein! Danke für die Aufnahme. Ich war grad zu spüren kommen. Danke für die Aufnahme. Ne, jetzt ist es zu spät. Doch. Ich bin willig. Doch. Er sagt einfach doch. Komm doch, du Heslon. Ne, du bist Däner. Es ist zu spät. Doch. Wo ist die Sonne her? Hier. Komm, ich zieh mich aus. Wo bist du? Hallo, hallo. Gibt hier vorne... Das ist ne Bühne einfach. Ja, in meinem Haus. Aber warte, ich will auch. Ich will auch. Hier ist eine. Hier kommt eine. Kann ich anfangen? Warte, Moment. Ähm, ich brauch noch irgendwas, wo ich dich mitbewerfen kann. Mit KFC, okay. Lukas, bitte. Ich will auch, ich will auch. Lukas, guckst du mal ein bisschen, erotisch vielleicht dabei. Bist du fertig? Warte. Nein, nein! Rivi! Was denn? Mann! Was ist passiert? Ich war wieder Level irgendwas mit 20. Ja. Alter, fick dich doch. Hey, wie ist das geschehen? Irgend so ein Freier hat mich abgestochen. Oh, Mann! Alter! Irgend so ein Freier. Mann! Ey, wo wohnen reden die? Warte mal. Lukas, warte. Lukas, komm mal schnell hoch. So bitt deine Sachen weg. Ich steig aus dem Rotlicht aus, Alter. Das ist mir zu gefährlich. Ich wollte einfach schon 138 Mal. Ich war übrigens farben, wie ihr seht. Ich hab wieder meine Dia-Glückshacken hier verzaubert, neu. Und war ein bisschen Dia-Spharmel und alles. Wie kommen wir zu dir, Regi? Entschuldigung, hier, Lukas, komm her. Lukas, hier, schau. Geni, wie kommt man zu dir? Jetzt geh nach oben. Ja, wollte ich gerade sagen, wo ist der Rest? Halt dein Maul! Ja, alle hol doch auf! Warte, jede Nutzer hat doch so ein Boss, der alle Freier verprügelt. Wo ist der Typ? Das Lustige ist, dass ich der Typ bin. Herr Regi, wo wohnst du? Äh, hinter Dehner. Also unter Dehner. Wo ist meine restliche Dia-Rüstung? Die hab ich nicht. Ja, red nicht, jetzt gib her. Du hattest nur ne Albe, nur der Penner. Was, du blablabla. Ja, du kannst ja mal ne Aufnahme dann gucken. Ja, kann ich ja. Du hast nur ne halbe ausgezogen, du dummer Penner. Blablabla. Okay. Blablabla. Ist also behindert, ne? Hier unten ist dein Umkleid oder was? Hier hinten kommt ein Umkleideraum, genau. Geh. Hä, was ist hier? Hör auf jetzt. Ja, tut mir leid, mach ich extra. Hör doch auf, geh doch weg. Ich mach doch gar nichts. Hier sind auf jeden Fall meine zwei dicken Bassboxen. Mach mal an. Warte, warte, warte. Warte, soll ich echt anmachen? Ja, mach mal. Okay, Moment. Ich muss ganz kurz hier unten die CD holen, ja? Ich komm nicht rein. Wie komm ich jetzt zu euch? Hier ist irgendwas. Hä? Ich lauf immer höher. Muss ich durch Dehners Haus? Okay. Äh, nein, Alter, du musst im Aufzug einfach aussteigen. Was für ein Aufzug? Ey, ich wollte in der Folge echt produziv sein, Jungs. Haltet mich wieder davon ab, weißt du? Was für ein Aufzug? Der Aufzug in den Himmel. Oh, wie mach ich so ein komischen, so ein komischen Disc-Ding? Wie heißt die, der Disc, äh, wer ist das? Ne. Wie heißt das hier? Plattenspieler, wie mach ich den? Keine Ahnung. Oh, alle. Hier ist Revi, hallo. Moment, ich suche ganz kurz im Internet. Du hast kein Skinder bei mir. Minecraft. Oh, das sind aber viele schöne Sachen hier. Plattenspieler, so. Hol dir, warte, du brauchst, Klänge. Halt's Maul. Hallo, bruh, alle da. Hallo, alles meins, alles meins. Was haben wir denn hier so? Yo, mit nem Dia. Hey, was, was, was? Was, hör auf wieder. Raus jetzt hier. Raus, du hast Hausverbot. Raus, Lukas, du hast Hausverbot. Lukas. Hausverbot. Ich töte den Korb jetzt. Nein, geh weg. Lukas, mach die Tür auf. Du bist, wie geht die Tür auf? Lukas, ich erschieß dich. Mach die Tür auf, verschwinde jetzt. Mach du mir sie mir auf. Verschwinde jetzt, sonst töte ich dich. Mach mal jetzt die Tür auf. Lukas, letzte, letzte Warnung. Fass meine Tür nicht an. Oh, jetzt kriegst du sie. Jetzt kriegst du sie. Nein. Doch. Guck mal, wie alt man den Aufzug findet. Ja, was willst du jetzt tun? Hä, wo ist Revi? Tja, was willst du jetzt tun? Hä? Hä, wo ist er wein? Ich bin genau unter dir. Wenn ich jetzt ziehe, bist du tot. Guck nach unten. Ja, mach ich. Ja, mach doch. Mach jetzt, mach jetzt. Kannst du aber der Aufzug kaputt. Lukas, verschwinde jetzt. Geh da raus. Geh jetzt da raus mit deinem fetten Arsch. Lukas. Oh, ist aber schön hier. Oh, du kleiner Huhn. Was fällt dir ein? Nein. Du weißt, dass du keine Chance hast. Wieso passiert das immer wieder? Ursachen. Ja, Klänger, nehmt ihr dir bitte. Komm, holt dich. Nein. Fuck off. Mach das. Ich bomb dein ganzes Haus weg. Aber ich will. Revi sagt, ich will. Ich muss. Der schlägt mich da rein. Ich hab nichts genommen. Gib mir mein Zeug wieder. Du bist doch ein Dummkopf, ne? Du versuchst es jedes Mal. Das war nicht extra. Ich hab Tourette. Voll Junge, ne? Was ist hier? Sag, Alter. Oh, was ist hier? Was ist dein Badezimmer? Das ist mein Badezimmer, ja. Geil. Ähm, gut. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall hier oben mal weiter um das Wohnzimmer kümmern. Keine Ransch, meine Flagge. Hast du einen Timer oder so? Nö, ne? Nö, ich hab keinen Timer. Ich mach immer freie Schnauze. Hauptsache, ihr liegt bei dir. Ja. Wenn ich in der Aufnahme bin, dann guck ich einfach, wie lange ich... Und dann ist gut. Also, wie gesagt, nö. Ungere, wie groß ist meine ganze Dia-Rüstung? Ich geb dir das nicht wieder. Wo ist die... Oh, hier ist die Pole-Entschuldigung. Halt zum Augen, gib mein Zeug. Ich hab doch nicht klängern lassen. Siehst du das? Guck mal. Das Ding ist scharf. Das ist ein Hühnchen. Wenigstens meine Dia-Hose wieder. Ich wollte in der Folge... Ich hab deine Dia-Hose wirklich klängern, hat die. Stimmt, ich hab ehrlich eine Dia-Hose. Dann gibst du mir her. Warte, warte, warte. Ich wollte in der Folge wirklich produktivisch eine was erreichen. Und ihr macht jetzt wieder alles... Danke, dass meine Moderator die Tür knallt. Sehr gut, Mutter. Ja, voll. Ey, hör auf! Der töte mich! Scheiße, ein Idioter! Boah, Lukas, du bist die abgefuckteste Gestalt im ganzen Universum. Töt ihn! Nein! Lukas, was hast du jetzt gemacht? Ich war das nicht. Töt ihn! Das steht doch im Chat, du Affe. Der ist kaputt. Hast du meine Sachen eingesammelt? Nein, liegen wir. Oh, Lukas! Uhren zum Lukas! Oh, das ist aber jetzt nicht nett. Doch! Wie komm... Wie komm... Wo ist denn der... Ich check den auf zu dir. Arschloch, Lukas! Ich hasse ihn. Du bist doch nicht anders gewöhnt. Ich brauche noch ein paar... Wie gesagt, Leute, macht mir bitte mal hier die Videos fit. Ihr hattet schon ein paar Ideen für das Wohnzimmer. Ich brauche hier vorne noch ein paar Design-Ideen. So wie es jetzt ist, müssen hier noch ein paar Deko-Sachen hin. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dafür Ideen habt. Und ja, diese Folge ist auf jeden Fall... Cool. Super toll, dies ist auch bei mir vorbei, weil ich einfach schlichtweg keine Ahnung habe, was ich jetzt mit dieser kaputten Folge anfangen soll. Es tut mir leid, dass ich von FIF-HDs Unfähigkeit und Klängers Liebenswürdigkeit daran gehindert will. Kein Problem, ich bin nächstes Mal auch dabei, ja, passt. Oh nein! Und wie gesagt, geht auf Lukas' Kanal, schreibt in die Kommentare, Lukas, du bist ein kleines Cock und bist gay. Und damit verabschiede ich mich mit einem freundlichen Tüdelü, blöden Wichser. Tschüss. Wir sehen uns in die nächste Folge. Tschüss. Du Spastis, ey. Tschüss.